Hey und herzlich willkommen hier zur Sims 4 Full House Challenge und unsere ultimative Haushalts-AG macht hier ultimative Haushaltssachen. Endlich wird mal gekocht und es wird sauber. Das sieht gut aus hier. So, während alle putzen und so, was macht sie jetzt? Alter, setzt doch einfach die Torte fort. Oder halt einfach nicht. Lass es halt. Dann lass es halt. Kein Problem. So, eigentlich wollte ich das aber nur anmachen, damit der Garten gegossen ist. Und wir gehen jetzt erstmal duschen, würde ich sagen. So. Und jetzt können wir auch die Versammlung beenden. Kriegen wir neue Gruppenpunkte eigentlich? Doch, wir haben 100 gekriegt. Mensch. Was für Gruppenvorteile können wir uns denn gönnen? Beliebte Gruppe. Oh ja. Auf jeden Fall. Kreuzen, kreuzen, zeigen. Oben, unten, schnipsen. Vorne, hinten, oben, unten. Die Ghetto-Faust. Ey, wir nehmen die Ghetto-Faust. Wir erweitern erstmal unsere Gruppe hier, damit dann auch der nächste in unserer Challenge hier dabei sein darf. Sozial-Boni. Ne, Mann. So, was machen wir? Nicht Fähigkeiten-Boni. Ich würde sagen Gartenarbeit, oder? Was ist das denn? Kräuterkunde-Boost. Näh. 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 Wo ist denn hier Garten? Ich finde Garten nicht da. Gartenarbeit-Boost. Sehr schön. So muss das. So, Olivia, Lily, Phyllis, Claire, Damien, Victor, Samuel und Lucien fehlen noch, ne? So, nehmen wir doch Lucien mal mit dazu. Herzlichen Glückwunsch, Lucien wurde in der Gruppe Ultimative Haushalt AG aufgenommen, ey. Ob er sich darüber freut, dass er in die Du-muss-jetzt-Haushalt-Gruppe aufmachen aufgenommen wird? Ich weiß ja nicht. So, dann. Nimmst du dir mal hier so einen Obstsalat. Der noch zwei Stunden haltbar ist. Aber das geht noch. Wenn du jetzt natürlich nicht die nächsten zwei Stunden duschen würdest, dann kannst du das auch noch essen. Aber wir schauen mal. Warum ist sie denn jetzt traurig? Einsam. Ja komm, das ist egal. Einsam, was soll's. Weißt du was? Schau dabei ein bisschen Fernsehen. Hier, Kochkanal. Dann kriegst du Spaß dazu und vielleicht kommt da noch jemand und labert dich voll, dann bist du nicht mehr einsam. Mensch, das ist doch schön. Hier ist voll das Geschäfts-Treiben, ey. Ja, also ich bin eine alte Oma. Ich nehme jetzt das Hähnchen, packe das hier in den Ofen und dann war's das. Ja, so einfach geht das, Leute. Einfach so ein Schenkel hier in die Fritteuse. Dann röste da ein bisschen um, machst da ein bisschen Salz rein und fertig ist das Hähnchen-Gericht. Seht ihr? Das ist kein Problem. Das kann man sofort nachkochen. Also, bei dieser detaillierten Anleitung, Wahnsinn, Wahnsinn. Das sollte man machen. Na, da lacht jemand erstmal richtig böse. Hier ist schon wieder ein zuckerfreier Karob-Kokoskuchen hergestellt worden. Sag mal, was habt ihr denn mit diesem zuckerfreien Kokoskuchen hier? Ja, ich glaub, da muss sie nochmal pinkeln gehen. Jetzt mach aber mal Hiddel da. Okay, vielleicht kannst du nochmal schnell mit Claire labern. Sag verschönern. Ich dachte, die fällt da um, aber sie macht nur Sport. Über Logik-Rätsel reden. Geschichte erzählen. Über Träume reden. Was man halt alles macht, ne? So sieht's bei ihr hier aus. Ja, noch ein Level in der Logik und ein in der Schreibfähigkeit. Das ist mal eben erreicht. Die feiern hier bald alle Geburtstage, ey. Das wird lustig. Hallo? Okay, egal. Dann können wir bei Damien halt X einstellen. Dann ist das halt so. Wow, also ich muss sagen, der Soziale geht ja echt immer schnell nach oben. Das sieht hier auch schon etwas dreckig aus. Ich frag mich ja, wie man bei Händewaschen hier alles dreckig bekommt außenrum. Aber Sims schaffen das. Grandios. So. Das Bett können wir jetzt nicht kaufen. Wir können nicht immer die Rechnung bezahlen. Das wird jetzt lustig. Aber dann gehst du halt jetzt schlafen. Er hat das Bett auch schon. Sie hat das schon. Was ist das für einer, ey? So, was stört ihr das nicht, dass hier alles voll von dreckiger Kleidung liegt, ey? Das ist das widerlich, ey. Das ist so ein richtiger Gamer-Chaot hier. So, ihm fehlt das Bett noch. Er hat's schon. Und sie hat's auch schon. Also, zwei Betten fehlen eigentlich noch. Scheiße, ey. Ja, willkommen. Wie kann er bei der Arbeit sein? Das verstehe ich nicht. Aber gut, wie kann ja alles voller dreckiger Kleidung sein? Na gut, ich hinterfrag das mal nicht. Wir gehen da einfach nicht weiter reingucken. Ach, die Maus, die funktioniert so herrlich. Nicht. Toll. Ich muss mir bei Zeiten mal eine neue kaufen. Aber wenn man nicht mal Geld für Miete und so vom Amt kriegt, weil die einfach alles geladenlos einstellen, würde das ein bisschen schwierig, ne? So, ihr fehlt eigentlich auch noch der Kamin und so, fällt mir auf. Hier hat ja jeder irgendwie einen Kamin im Zimmer. Okay, er noch nicht. Sie auch nicht. Er hat einen Kamin im Zimmer. Gut, und er auch nicht. Also sagen wir mal so, die Hälfte der Sims hat einen Kamin im Zimmer. Ja, dann, Alte. Noch aus Klo, nachdenklich duschen. Und dann musst du ja... Machst du mal Aktionen überdenken hier. Okay, einmal reicht. Einmal reicht. Und dann darfst du ein Genrebuch schreiben. Fantasy. Warum auch nicht. Und dann dürfen wir zu Claire wechseln. Gucken. Ja, Garten. Wir könnten jetzt langsam mal ein paar Früchte gebrauchen, ne? Ich möchte dich jetzt nicht hetzen, Garten oder so, aber... Der Strom wird bald. Tschüss und weg. Nur mal so ein Hinweis, dass das passiert. Mensch. Was kommen denn hier für komische Geräusche? Hm. Dass das Ding hier ist... Da kommt Wasser raus. Oh, Claire. Da geh ich mal weg, denkt sie sich. Ja, das... So macht man das. Das sieht so eklig hier aus, ey. Okay, du stehst auf und dann wechseln wir zu Claire. Die die Dusche sauber macht. Wow. Dass Menschen sowas freiwillig machen... Schlecht. Nicht schlecht. Hier unten jetzt liegt auch schon Klamotten, ey. Schön, wir haben ja extra eine Sauna und einen Hobbykeller eingerichtet. Und jetzt nutzen wir den irgendwie gar nicht so aktiv. Aber ich muss mal gucken, was wir mit ihr machen müssen. Wir müssen hier Schelm noch hochbringen. Ich finde diese gemeine Interaktion auch immer voll lästig. Aber fangen erst mal an, hier aufzuräumen. Das ist ein guter Plan. Oh, Alter. Jetzt nehmen wir das Geschirr und räumen das auf, hier. Geht ja mal gar nicht. Dann bringst du dir den Müll mal raus. Warum auch nicht? Musst du eigentlich arbeiten? In elf Stunden. Moment, sie hat zwei Arbeitstage. Heilige Scheiße, ey. Gut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit gemeinen Interaktionen an. Macht sie jetzt aufräumen. Die AG noch an? Nein. Halt, stopp. Wir reden jetzt mit Viktor. Tag verschönern. Ja, bleibt einfach hier vor den Türen stehen. Das ist kein Problem. Macht das einfach mal. So, Unfug. Apokalypse beschreiben. Auf jeden Fall. Und meine Stimme ist ja heute wunderbar. Weißt du was? Ich bin ein kriminelles Superhörner. Ich arbeite zweimal in der Woche und kriege da volles Geld für Giftwolken. Erschrecken. Digga, renn doch nicht weg. Mhm. Dann labern wir ihn halt voll. Apokalypse beschreiben. Ne, Romantik jetzt nicht so. Ja, mach einfach. Immerhin wurde er ja schon von Aliens entführt. Also. Unfug. Verschwörungstheorie mitteilen. Was ist das für ein Fleck? Ey, du bist so ein Lappenklärner. Oh, der Strom wurde abgestellt. Ja. Nur weil der Garten hier nicht hinterherkommt. Ey, meine Fresse. Der hasst uns gleich, ey. Erschrecken. Oder danach sind wir mal freundlich zu ihm, oder? Tagverschönern. Sein Tressen reden. Über Kraftmangel beschweren. Alles klar. Über Rechnung beschweren. Das ist mal eine Idee. Ja, Level 8 der Schelffähigkeit. Perfekt. Ach, sie muss noch gemeine Interaktion. Toll. Wir können auch irgendwelche Sims auf der Straße einfach beleidigen. Fangen wir mal hier bei der an. Die sieht schon so aus. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. So, Digge. Luna. Ey, du bist so eine. Dich kann man nicht mal anklicken, weil sie jetzt einfach weg ist. Muss mich eigentlich verarschen. Dann nehmen wir den hässlichen Hannes hier. Das ist Dominik. Hallo, Dominik. Grob vorstellen. Ja, Schnösel wäre aber auch geil. Was ist denn hier für eine Vanessa? Müssen wir nicht sogar noch einen Sim umbringen? So. Dann sind wir doch mal gemein. Verborene Wörter um die Ohren brüllen. Nee, jetzt wird es geil. Bitte ruhen. Digga, wenn du mir nicht sofort dein Geld gibst. Na? Oh, wir können kämpfen, ey. Das machen wir. Hallo, Alte. Verprügel den doch jetzt. Meine Herren, ey. Nein, los. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Schubsen. Ja, pfleg dich nicht. Ich will klären, mein Freund. Zum Feind erklären. Perfekt, das machen wir. Hallo, jetzt erklär den Ding zum Feind hier. Können wir nicht so einen Rentner verprügeln und der stirbt dann oder so? Hier, wir machen das mal mit der hier. Selina Sommer. Geh mal da hin zu der Alten. Halt, da seht euch den Blick von der Alten an, das ist das geil. Ich hoffe, du stirbst jetzt, wenn wir dich kaputt machen. Mehr Auswahl. Ja, spotten. Hör mal mit Gruppengespräch auf. Lass den Hannes da mal weggehen. Anbrüllen. Bedrohen. Äh, äh. Beleidigen. Einschüchtern. Anbrüllen. Schubsen. Alien-Trick. Weil Alien entdeckt hat. Okay. Okay. Jetzt können wir kämpfen, geil. Mach die fertig. Kämpfen. Oh, die Senioren, die verprügeln uns, ist das geil. Geil, nicht schlafen. Wann musst du zur Arbeit? 20 Uhr. Verabscheuen sich jetzt. Perfekt. Aber. Zum Feind erklären. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Kann ich dich jetzt nochmal verprügeln, bitte? Ich bin nicht so alt, dass das Herz irgendwann mal aufgibt, ey. Dann halten dich. Am besten geht Claire jetzt nochmal schlafen, bevor wir dann mit ihr zur Arbeit gehen müssen. Sonst könnte das hier nicht so toll ausatmen. Ich finde ihr Zimmer, das Imperium, sonst was hier aber auch sehr geil. Ist die alte jetzt eigentlich noch bei uns im Haus? Oder ist die weggegangen? Weil manchmal kommen die Sims dann ja noch mit ins Haus. Das macht zwar keinen Sinn, aber möglich ist es. Ja, hier, hier gibt's Blut. Jetzt waren wir so damit beschäftigt, Leute zu verprügeln, dass wir vergessen haben, die Leute fleißig arbeiten zu schicken. Ja, dann schlafen wir mal eine Runde. Dann werden wir in den Garten mal plündern und mal gucken, ob wir die Rechnung wieder eingestellt bekommen. Und dass der Strom dann wieder an ist, das wäre mal keine schlechte Idee, ne? Ich habe gehört, dass du dich mit Phyllis angefreundet hast. Oh ja. Oh ja. So, 20 Uhr, da haben wir jetzt ja noch einen Moment. Das finde ich nämlich geil, dass das hier so gut nach oben geht. Essen kann sie ja noch im Fluchtwagen. Auf der Arbeit wird die bestimmt essen. So im Fluchtwagen, während die Fluchtwagen fährt, sich nochmal schnell ein paar Döner reinziehen oder so. Das ist ganz normal, das macht man heutzutage so. Die Schnalle ist ein Volltrottel. Ich habe mich mit Celina Sommer verkracht. Verkracht ist gut, wir haben eine Seniorin verprügelt. Wollte ich ja nur mal so gesagt haben, ne? Aber egal. So, dann ernte jetzt mal schnell. Und in der nächsten Folge können wir das dann verkaufen und hoffentlich hier Rechnungen bezahlen. Ja, auf jeden Fall. Dominik Tyson ist auch ein Trottel. Diese Penny ist geil. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit, ciao und bis zum nächsten Part.